Ich glaube, heute werde ich definitiv meinen Lappen abgeben müssen. Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig? Sie müssen immer gut lesbar sein. Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein. Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein. Wieso muss ich das wissen? Ganz ehrlich, muss das nicht das Straßenverkehrsamt wissen? Muss ich wissen, ob das jetzt an der vorgesehenen Stelle fest, wenn ich das jetzt merken sollte, ich fahre jetzt irgendwo hin und sage so, okay, da ist jetzt ein Schild, das in 120 Metern ein Bahnübergang kommt. Weil wir gelernt haben, das hatte was mit diesen Strichen zu tun. Und ich merke, das sind aber keine 120 Meter, das sind weniger. Nehme ich jetzt Mut, wenn ich das Verkehrsschild und packe es woanders hin? Das muss ich doch nicht wissen. Ja, nee, daran halte ich mich nicht, an das Verkehrsschild. Das steht viel zu weit vorne. Sie müssen gut lesbar sein, okay, das ist halt eine Sache. Du kannst natürlich böse sein und sagen, gut, das ist eine 30er-Zone, ich fahre aber trotzdem 50, weil das kann ich nicht lesen, das Verkehrszeichen. Deswegen fahre ich hier keine 30. Also eigentlich ist alles richtig. Also gut lesbar ist klar, an der richtigen Stelle, hinteren Kennzeichen müssen alles, oder? Ja, aber das muss ich doch nicht wissen. Also das Amt befestigt das nicht, das machst du selbst. Ach, oh Gott. Ich habe Verkehrsschilder mit Kennzeichen verwechselt. Ich habe Verkehrsschilder mit Kennzeichen verwechselt. Du meinst bestraft, absolut gerechtfertigt. Alter. Ne, ich habe es ja gelesen, ich habe es ja sogar vorgelesen, das Kennzeichen. Ich wusste tatsächlich Kennzeichen, aber ich habe die mit Schildern verwechselt. Oh Gott. Es wird ja immer peinlicher. Und trotzdem habe ich es richtig gemacht. Sie wollen auf einem Platz mit Parkscheinautomat parken? Was haben Sie zu beachten? Ein Parkschein ist immer überflüssig, wenn Sie eine Parkscheibe benutzen. Ja. Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit nicht überschreiten. Äh, nö. Das ist ein richtiger. Dünn wie so eine Makrele. Aber solche hupen. Hup, hup. Danke für den Clip. Ja, also Parkscheibe ist immer... Komm, wir machen es jetzt mal wirklich seriös hier, ne? Ja, nicht überschreiten und von außen gut lesbar. Seht ihr? Ich kann das. Ich bin so intelligent. Unter welchen Umständen dürfen Sie an einer Kreuzung eine rote Ampel überfahren? Wenn ich es echt eilig habe. Wenn ein Polizist den Verkehr auf der Kreuzung regelt, um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen. Unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen würde bedeuten, es gibt zum Beispiel auch dieses Zeichen mit diesem grünen Pfeil, der nach rechts oder links zeigt. Dann darfst du auch an einer roten Ampel rechts oder links abbiegen, wenn dieser Pfeil da ist. Also das heißt, drei ist auf jeden Fall schon mal totaler Schwachsinn. Polizei, Verkehrsreise, ja, dann regeln die das ja, dann muss ich sowieso nicht. Dann muss ich ja sowieso nur auf die Polizei achten, ne? Und bei einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht, ein Einsatzfahrzeug vor sich Platz zu schaffen. Solange es vorsichtig ist, aber man begibt sich ja auch auf dünnem Eis, ne? Also ich würde zweimal mit Veto machen. Oh, okay. Naja. Spyro, danke, dass du da warst. Ciao. Ja, also ich habe es richtig gemacht. Ihr Fahrzeug lässt sich deutlich schwerer lenken als üblich. Wie verhalten sie sich richtig? Ich achte zunächst bei weiteren Fahrten auf dieses Lenkverhalten. Ich lasse das Fahrzeug umgehend in einer Werkstatt überprüfen. Ich verringere den Reifenfülldruck an der Vorderachse. Da fällt mir doch nicht mal ein kluger Spruch zu ein. Deutlich schwerer lenken als üblich. Also ich glaube, es ist zweigemeint, aber ganz ehrlich, ich würde, ich würde, Justin, hallo. Ich würde tatsächlich wirklich eher darauf achten, wie sich das Lenkverhalten noch... Wer rennt denn sofort bei sowas? Das kann ja auch mal eine Phase sein. Du fährst mit dem Auto und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, da liegt eine tote Katze auf dem Gehweg oder sowas, wo du gerade drüber fährst. Und die liegt halt genau vor dem Reifen und du ziehst halt ein bisschen und deswegen ist es ein bisschen schwerfälliger. Das kann ja mal passieren. Nächstes Mal fahre ich wieder richtig. Auch an dieser Stelle, weil die Katze ist ja dann eh Matsch. Und wenn du das nächste Mal lang ziehst, dann geht das viel flüssiger. Wahrscheinlich sogar noch besser, weil es ein bisschen reifen, ein bisschen besser geschmiert ist dann, weißt du, ne? Von der Katze. Und, ne? Also ich, von dem her würde ich echt mal vermuten, also natürlich solltest du umgehen in eine Werkstatt, aber ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen weiter beobachten oder prüfen. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination her? Ciao, Anna. Die so beschilderte Straße darf von Wintersportlern benutzt werden. Die so beschilderte Straße darf im Winter nicht befahren werden. Die so beschilderte Straße darf nur mit Schneeketten benutzt werden. Nee. Schneeketten. Ich hätte jetzt gedacht, Achtung, Achtung vor Skifahrern. Von Wintersportlern. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Ich hätte gedacht, Achtung vor Skifahrern. Darf im Winter nicht befahren werden. Aber im Winter würde bedeuten, dass da dieses, äh, nee, das ist Glatteis, ne? Also meine erste Reaktion wäre jetzt, Achtung vor entgegenkommenden oder irgendwie existierenden auf der Straße Dingen, ne? Hamsterfan, hallo, guten Abend. Ja, wir machen Führerschein und ich verkack voll. Ähm, ich hätte jetzt echt gedacht, das sind Skifahrer, die da fahren. Also eins, ich würde halt eben sagen, okay, die darf von Wintersportlern benutzt werden, weil halt, ne, das sagt das halt aus. Nur mit Schneeketten ist doch Schwachsinn. Ich kann auch mit Schneeketten jemanden umspitzen. Also, im Winter nicht befahren werden, ist auch Quatsch. Also, ich würde mal sagen, nur eins. Ja! Woo! Aber ich, trotzdem hätte ich es anders interpretiert. Was ist in der hier beginnenden Zone erlaubt? Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Aus- oder Einsteigen. Das Halten bis zu drei Minuten. Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird. Gut, die Frage hatten wir ja schon mal ähnlich, nur ohne, dass es eine Zone ist. Und, ne, ihr wisst, was ich meine. Da geht es halt um die Zone generell, ne. Wir hatten gesagt, Halten bis zu drei Minuten war vorhin in Ordnung. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch in Ordnung. Be- und Entladen, wie gesagt, ist zu indifferent. Kann wieder alles bedeuten. Und Parkscheibe sowieso nicht. Ich bleib wieder... War das vorhin auch so? Und ich habe es jetzt einfach nur wieder vergessen. Ja, du darfst Toffi testet. Einlösen, Maja, wenn du möchtest. War das vorhin auch so? Und ich habe es einfach nur wieder vergessen. Ja, war es? Oh Gott, das ist ja noch peinlicher. Ich lerne noch nicht mal hier was. Was ist bei diesen Verkehrszeichen erlaubt? Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken. Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden. Mit einem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten darf hier jeder unbegrenzt parken. Das müssen wir ganz kurz mal sacken lassen. Toffi ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der ein verkehrstüchtiges Spiel spielt. Also ein Spiel, wo es wirklich darum geht, etwas Sinnvolles zu tun und sich nichts merken kann, was in diesem Spiel eigentlich abgefragt wird. Jetzt kriegen wir doch schon die richtigen Antworten mit und ich merke es mir noch nicht mal. Guten Abend, Zockerin. Ja, das ist auf der Switch. Maja, wir machen gleich Toffi testet. Können wir gerne machen. Ich mache nur noch die drei Fragen durch und dann machen wir das, okay? Was ist bei diesem Verkehrszeichen? Schwerbehinderte mit der entsprechenden Nummer... Ja, das ist klar. Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden. Wobei Ein- und Aussteigen, das könnte... Mit einem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten darf hier jeder unbegrenzt parken. Das ist Quatsch. Ausgehend von der Frage von gerade eben, würde ich mal sagen, ist zwei auch richtig. Ja, ich habe doch wieder gelernt, Leute. Guck mal, ich habe jetzt von der gerade eben Frage gelernt, weil das noch im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert war. Ich habe doch wieder dazu gelernt. Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen? Mit einer verengten Fahrbahn von 50 Metern Länge. Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 Metern Entfernung. Mit einer Ausweichstelle in 50 Metern Entfernung. Ich habe einen ganz, ganz perversen Spruch jetzt im Kopf. Den darf ich jetzt aber nicht sagen. Ich überlasse es eurer Fantasie. Als ich verengt gehört habe, habe ich an etwas gedacht. Und 50 M kann ja wieder, ne, auch was anderes bedeuten. Ich lasse euch einfach mal mit dieser, ne, mit diesem Gedankengang einfach so ein kleines bisschen alleine und ich versuche die Frage zu beantworten, okay? Mit einer verengten Fahrbahn von 50 Metern Länge, mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 Metern Entfernung und mit einer Ausweichstelle in 50 Metern Entfernung. Also Verengung ist klar. Die ist in 50 Metern. Ja, siehst du, richtig. Du sagst, wir sind versaut. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Achtung, Autobahn. Auf den Anfang einer Autobahn. Auf den Anfang einer Kraftfahrstraße. Auf das Ende der Autobahn. Meine Mutter hat mir immer gesagt, das ist die Straße, auf der ich eben auf jeden Fall spielen gehen soll. Nein, liebe Kinder, zu Hause nicht nachmachen. Nein, auf den Anfang einer Autobahn ist klar. Auf den Anfang einer Kraftfahr... Nein, Kraftfahrstraße sind anders. Und auf das Ende einer Autobahn ist ja dann durchgestrichen. Also kann eigentlich nur eins richtig sein, oder? Ja. Bei 50 Meter Länge sind Pfeile dabei. Eben, ich wusste nämlich, wir hatten vorhin schon sowas mit 100 Meter Entfernung. Da habe ich auch gesagt, irgendwas mit Pfeil. Ich hatte nur nicht den ganz genauen Pfeil im Kopf. Sie stellen fest, dass die Reifen an der Vorderachse ihres Fahrzeugs ungleichmäßig abgenutzt sind. Was sollte überprüft werden? Was sollte überprüft werden? Die Fahrwerkseinstellungen. Der Reifenfülldruck. Die Stoßdämpfer. Alles drei, oder? Weil ich keine Ahnung habe, woran es nicht ging. Hallo, Mr. Schraubenschlüssel. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich prüfe alles. Beziehungsweise nein, ich lasse es den Werkstattmann, Frau Divers, prüfen. Ja, siehst du? Nur eine Frage falsch gemacht. Und das war die Frage, die ich eigentlich gar nicht hätte falsch beantworten dürfen, weil ich sie vorhin schon mal falsch beantwortet habe und einfach nur nicht dazugelernt habe. Nur eine falsch gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017